Die Unity 5.4 Und ja, dann müssen wir weiter gucken. Jetzt sind wir ausgeruht. Haben wieder Ausdauer. Raus da. So, Essen brauchen wir auf jeden Fall. Das ist schon da rot. Und was zu trinken. Müssen wir da einmal reingucken. Da ist nichts drin, nur die Biomasse. Und die 7 können wir da noch reinmachen. Und da kommt schon. Und Eisen brauchen wir noch, das war's. Da haben wir nur 3, das ist nicht gerade viel. Lassen wir uns mal rausgehen. Und. Dann gucken wir hier mal rein. Da muss noch Biomasse Club rein. Machen wir so. Ne, das war jetzt verkehrt. Jetzt ist da auch gerade noch einer gekommen. So. 20 da rein. So, jetzt haben wir's. Den nehmen wir raus. Und wir brauchen noch mehr Eisen jetzt. So, jetzt ist es hell. Jetzt können wir im Wasser gucken. Ob wir da mehr sehen. Letztes Mal war's ja dunkel. Da haben wir nix gesehen. Und. Geht da was? Da kommt nix raus. Der geht zwar weg, aber es kommt nix raus. Dahin ist noch einer. Wir können das da mal probieren. Geht da was? Nee, auch nicht wirklich. Stein hängen geblieben wohl. Okay, das ist jetzt hier nur irgendwie ne Pflanze oder was? Ja, bringt auch noch nicht mal was. Was ist das für ein Ding? Auch nix rausgekommen. Also, da geht auch nix. Da sind kleine Steine. Kann man die aufheben? Nicht wirklich. Gut, hier ist noch was. Aber. Auch nix. Also im Wasser können wir wohl momentan nix machen. Dann müssen wir irgendwo was anderes wegholen. Gehen wir mal hier rüber. Hier ist unsere Kapsel. Ist da was zu sehen? Nicht wirklich, ne? Da hinten ist dieses Einhorn oder was so auch immer ist. Da hinten ist ein Stein. Gehen wir mal da hin. Jetzt haben wir irgendwelche Bienen oder sowas um uns rum. Das war jetzt vielleicht nicht das Ding. Äh, ich glaub die greifen uns an. Dann lass uns mal schnell weggehen. Wie ist es mit Wasser? Hauen die dann ab. Und sind weg, oder? Hat wohl funktioniert. Gut. War eine gute Idee. Da oben fliegen die jetzt alle rum, ne? Gut, dann gehen wir mal weiter hier rüber. Gehen wir hier weiter. Da ist der Stein. Da ist ein... Hier gehen wir mal gucken, ob wir hier so rüber kommen. Kommen wir da dran, ne? Glaubt, geht, oder? Und geht. Wir kriegen was. Kommt alles raus. Und... Kommt einer von denen? Glaub nicht, ne? Batterie ist leer. Nö, die bleiben da, wo sie sind. Okay. Und weg ist er. Und... Ich glaub, da haben wir erstmal genug reisen. Gehen wir zurück. Ich glaub, wir gehen mal hier so lang. Ne, da ist auch einer, da gehen wir doch nicht lang. Da sind die Fliegen. Oder Bienen. Oder was auch immer. Dann gehen wir mal hier so lang. Ja, geht, oder? Gut. Leitungsköpsel links. Und wir gehen zurück. Fingt an zu regnen. So, wir müssen das Eisen jetzt hinbringen hier drinne, oder war es draußen? Was brauchen wir denn hier noch? Gucken wir da erstmal. Und Komposite-Ports, okay. Und Mechanical-Ports. Kommen wir hier rein. Und Mechanical-Ports sind da. Lassen wir uns die produzieren. Da fehlt jetzt das Eisen. Achso, okay. Wir haben es nicht rübergelegt. So, jetzt geht's. Ich glaub, acht Stück, oder? Laufen lassen. Glas, Komponenten, Metallplatten. Ähm. Da kommen die mechanischen Teile. Entschuldigung. So, die tun wir jetzt mal rübernehmen. Warten wir mal, bis die fertig sind. Können wir die anbauen. So, gucken wir nochmal. Ah, das regnet ja immer noch. Achso, die Komposite-Teile fehlen noch. Für ein Rad brauchen wir zwei. Sind die draußen, die Komposite-Parts? Weiß ich jetzt gar nicht. Gucken wir mal nach. Da ist nichts drin. Und da sind sie. Ich glaub, acht Stück auch, ne? Wollen wir mal ein paar mehr. Nicht die Shift-Taste, sondern die Störungstaste. So, läuft erst mal. Dann brauchen wir jetzt was zu essen, auf jeden Fall. Hier ist nix. Schlafsack. Also, das ist so der Fettmaschine. Das können wir hier lassen. Da ist noch Platz, dann können wir auch noch was lassen. Gut. Nehmen wir die jetzt. Dann lass die grad noch zu Ende laufen, oder? Sieben, einer läuft noch. So, jetzt haben wir sie alle. Was ist hier noch drinnen? Kräuter. Dreckiges Wasser. Samen. Dann können wir die doch mitnehmen, oder? Jetzt haben wir noch keinen Platz. Können wir doch nicht machen. So, lass uns gehen. Und Räder bauen. So. Fertig. Und der auch. Auf der anderen Seite haben wir noch nicht welcher dran da gemacht. Das müssen wir noch machen. Einmal ins Baumenü. Dann die Nummer 8. Und dran da klicken. Vorne. Und hinten. Da fehlen uns jetzt noch die Mechaniker-Parts, okay? Gut. Die Laufrichtung müssen wir noch ändern, ne? Gut. Dann. Wir werden müder. Essen und Trinken fehlt immer noch. Das ist auch gerade nicht so das Ideale. Gucken wir mal hier rein, ob da was drin ist. Nicht wirklich. Kohlenstoff machen wir dafür. Und drücke sowas haben wir nicht. Na, kann das sein, dass die was geändert haben? Das waren doch früher Kräuter, oder? Ja. Da können wir auf jeden Fall was machen. Lassen wir laufen. Und wir lassen uns gerade das dreckige Wasser aus dem Container holen. Das war da drin. Zurück. Und da rein. Die nehmen wir erst mal. Dann machen wir da drei Stück von. Ach, ich nehme es von der falschen Stelle, ne? Ich muss es da wegnehmen. So, dann können wir gleich was essen. Das Wasser. So, dann nochmal das gemacht. Okay. Können wir auch nochmal essen. So, jetzt haben wir frisches Wasser. Und das können wir auch gleich trinken. Und jetzt werden wir noch durstig. Aber ist besser. Mehr essen. Wasser nehmen. Und ruhig nochmal trinken. Und nochmal essen. Das ist erstmal alles, oder? Ja, nochmal Früchte. Können wir da drüber tun. Fleisch. Ja, das bräuchte man Kräuter und Früchte. Gehen wir da draußen. Einmal das Wasser noch. Nochmal was essen. Und dann da raus. Und dann gehen wir raus. Was brauchen wir? Die können wir jetzt noch rüber packen. Was brauchen wir denn noch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die Komposit-Parts waren das, glaube ich. Aber nicht genug. Noch ein bisschen davon rüber. Vier. Vier. Ich weiß nicht, ob vier reichen. Aber annehmen wir erstmal. Dann gucken wir hier nochmal rein. Da kommen die Samen rein. Jo, da haben wir es. Wenn wir die mitnehmen. Ne, die lassen wir mal drinnen. Die Kräuter. Dann gucken wir mal wegen den Rädern. Und da fehlen noch mechanische Teile. Müssen wir da noch rausholen. Und wir haben die falschen Teile gemacht. Wir haben Komposit-Teile gemacht, ne? Okay, wir brauchen Mechanical-Parts. Alles klar. Die kriegen wir auch anders. Ja. Diese anderen Produktionsmaschine. 3D-Drucker. Ist das? Achso. Dann gehen wir da mal einmal rein und gucken. Na, bumm. So. Oh. Dann brauchen wir da rein und dann müssten die da machbar sein, oder? Ja. Da brauchen wir noch mehr Eisen für. Aber da sind noch welche. Passt. Gut, dann raus hier. Und die müssen wir die Reifen fertig bauen können, oder? Das ist einer. Fertig. Und der zweite. Auch fertig. Gut. Haben wir das geschafft. Da fehlt jetzt nur der Motor. Also, jetzt müssen wir den Motor bauen als nächstes. Den... Das Werkzeug kann weg. Der geht in den Federn. Alles wunderbar. Ja. Jetzt müssen wir da noch... Ah, hier noch vielleicht ein Licht dran bauen, oder? Das macht vielleicht noch Sinn. Und der Motor. Okay. Ja. Dann... ...wollen wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich für's Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.